ach desu du wolltest du davon was wir nehmen ja also in game habe ich ja was ja in real life habe ich genug hätte morgen abend zeit noch oder nächste woche samstag also ich nicht also ich kann kurzzeitig aber wie lange genau weiß ich nicht müssen wir dann schellen ja gestern habe ich mit dazu heute mit ihr morgen also mit phoenix hat sich in einmal durch ja genau so in etwa so aber ja wie gesagt er gibt noch eine minute ich bin ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann gleich wieder los. Ich muss auch gleich einen Nachschub holen. So, jetzt ja. Ne, wir haben ja hinten geparkt. Was hier drin? Nö. Hast keine Ausdauer. Bin ich gerade doof? Mein Motorrad ist weg. Bist du mich gerade verarschen? Negativ. Die haben doch ja hinten geparkt, ne? Alter, was ist denn jetzt her? Wieso ist denn jetzt her? Hä? Bin ich gerade doof oder wo ist mein Motorrad hin? Was ist denn? Oh, was ist denn der Scheiß jetzt? Oh, gibt mir sowas auf dem Sack. Das Motorrad zieht man nicht auf der Karte oder sowas, ne? Das ist jetzt her. Das ist jetzt einfach weg. Das kann ja nicht einfach weg sein. Ich hasse solche Spiele-Bugs. Irgendwann letztens auch so mit dem Fahrrad, da lag es nur irgendwo auf der Seite, weil es halt so klein ist. Ja, aber das Motorrad sieht man ja hier. Also hier ist ja auch kein hohes Gras oder so. Und ich meine, das fällt dir halt auf. Wie düster bei dir das Spiel ist. Oh, wenn das Motorrad jetzt weg ist, na, dann gehe ich wirklich in den Cheat-Modus. Kannste alle, kannst du wissen. Soll ich mal vorbeikommen? Kannst keiner mal mitgucken, aber hä? Ne, warte mal, jetzt steht das hier vorne. Haben wir hier vorne geparkt? Okay, ich hab da hinten geparkt. Ne, hast du nicht. So ging es letztens auch, als ich beim Händler war. Bin in die eine Tür rein, bin in der anderen raus, dachte, aber ich wär in der richtigen raus und hab da Schmarrer etwas mal gesucht. Was der Hell? Boah. Ich dachte jetzt gerade wirklich schon, irgendwie hat es irgendwas zurückgesetzt oder sonst irgendwas in das Motorrad wäre, aber bei dem Motorrad sehe ich es ja nicht so schlimm. Der Inhalt. Der Inhalt, ja. Das ist ja nicht so, als wenn ich den Inhalt hier in zwei Minuten gefarmt habe. Ja. Drei Minuten tanzen, das ist natürlich so. Ne, ich wäre leid. Ich wäre leid. Ich wäre leid. Ich wäre leid. Da ist ja eine Wand aus Bäumen einfach. ist er ja wieder zu hause ich wollte mal was gucken an jedes ich kann ja nur auf waffen einsehen die ich auch im inventar kraften kann oder du kannst alles einsehen aber wie heißen die waffe das ist die große frage rein weil ich glaube fast sagen würde die 1er batterien können wir auch weghauen haben geht aber nahrung und wasser extrem schnell weg na ja ja weil wieder rum buddelt ist oder sonst irgendwas das ist so schnell weg zu waffen damals noch eine rk wenn das schon mal ein bisschen munition wieder produziert für akars und so oder haben wir da genau da haben wir da ist wieder was vorhanden du hast nicht genug aus spiel also da brauchen wir auch noch stahl dafür da rein sonst noch so zeug alles was zu viel nix muss das mal da rein das mal da rein die frage wo du man aber die frage wo man mal kurz zu rammen das ist noch eine mod da rein kleidung sammelkiste müsste das dann nicht auch noch mit hier rein flasche mit säure wo haben wir denn flasche mit säure bei medizin drin ich weiß dass wir irgendwo mal welche hatten aber wo genau jetzt für ihr alles immer umsortiert worden ist ein bisschen flasche mit säure bei medizin drin ja es ist wenn du stark krank bist ist das vielleicht die letzte lösung ja verstehe ja was soll eigentlich das hier sein ok die falltür experiment experiment wo haben wir denn liegen da haben wir nochmal 6 12 18 24 30.000 leben ok 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 eigentlich muss ich jetzt nachschub besorgen so könnten wir nicht irgendwo mal was in auftrage geben sind denn technisch da arbeitet immer noch hier arbeitet gar nichts arbeitet täglich gar nichts immer noch Ölschiefer wir sind im vom dem dem dé aus ich bin mal gleich wieder da so dann wollen wir das mal hier drüben testen nur noch ein kaffee in mir schade noch ein kaffee in mir schade Das ist ein Beton-Ziegel. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht, das hier brauchen wir aber. So, wir müssen erstmal ganz kurz wieder was bauen. Hm, 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 hm. 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 Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. 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 wieder weg bb lange zweite bergfang müssen leveln die sucht ja 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 Dann würde ich hier gerne noch einen hinsetzen. Dann müsste das eigentlich da hin. Auch wenn ich das jetzt hier gleich wegbaue, dann... ...dacht man das alles ein. Von daher mal ganz kurz überlegen, wie stabilisieren wir das Ganze hier. Ja, das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Oh, das ist wieder so ein großer. So, der sieht eigentlich schon fast kacke aus. Da, fast eine Ecke. Fast eine Ecke kommen aber, glaube ich, nicht viel weiter. Also unten geht das, ja. Für oben geht das aber nicht. Und bräuchten wir eigentlich... Da, Seite, Mitte. Brauchen wir kein anderes Halb. Wir müssen wirklich nur so eine Ecke. Die Ecke haben wir aber dann nicht auf die Mitte. Wie immer also. Das ist alles, was hier Seite mittig ist. Das ist alles. Die Automatologie als Ecke muss ich glaube ich immer noch benutzen. Weißer Knopf, scheiße. Machen wir jetzt kurz mal ein Bild der Lärm. Das ist 30 Jahre hier. Das ist ein Bild der Lärm. 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 Alles kommt zur Kontrolle. Warte. So, alles tot. ich habe jetzt zuletzt geschlagen ich war es wenn ich hier draufstehe komme ich zwar relativ gut überran ganz oben brauchen wir dann eher die gitter so eine eisenleiter auch ganz lustig wäre bestimmt warum möchtest du das prinzip eigentlich ändern ich dachte das wäre super ja ist es auch es muss leider ein bisschen korrigiert werden so eine stahlleiter hätte mir mehr aus wahrscheinlich auch nicht wirklich 20 Stahl und Eisen Oh, das ist definitiv noch viel, viel mehr davon Wenn ich das hier weg mache Ich kriege das nämlich jetzt alles ein Und das ist genau das, was ich nicht will Da eigentlich irgendwas Oh, ich Gehen wir da ran Einmal da dran Das ist ja alles irgendwie so da dran halten Total strange, aber es dürfte funktionieren Theoretisch sind die ja jetzt verbunden Das ist ja alles irgendwie so da dran Das ist ja alles prin Gehen wir hier Das ist ja alles Sieht absolut strange aus, aber es funktioniert halt. Die Frage ist jetzt allerdings, ist das für die Zombies immer noch ein Weg? Das müsste man irgendwann mal testen. Ich muss dann bloß mal einen Zombie hierher locken und gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, wir haben eine Testperson. Eine Fledermaus, ein bisschen nervig. Hallo Tatsu. Ja, jetzt wer. Na du einer. Was war das vorhin für ein Ziegengejaul? Meeee. Oder Schafsge... nee, Schafenbögen. Ja, Tatsu ist nie auf der Höhe. Er hat sich geoutet. Neue Geschlechtziege. macht ja neudel noch eine ahnung gut übertreiblich eh nicht als lange machen mehr also da wird noch zwei stunden vielleicht maximal drei dann würde ich auch unterstoßen und falls ihr es noch nicht gesehen hatte wenig hatte gerade geschrieben ich habe schon gesehen kann ich nicht wahrscheinlich dass er morgen hätte er anzubieten falls bedarf ist doch sehr lustig so gestern du dazu heute grego und morgen dann phoenix ja aber meine mutter halt unbedingt morgen auf ein konzert gut ich möchte die band ehrlich gesagt auch gerne mal sehen aber irgendwie wesentlich die zeit die dabei flöten geht die schöne zeit die mit an den selben days zum beispiel fehlt oder so soll ich schon so weit voraus geschadet das nicht ich muss erst mal nachholen da vorne ist auch mal ein schrecken moment ich dachte mein motorrad ist weg das war lustig ich kann es ist dort kurz dieser und nicht vergessen dort sind als wirklich sämtliche felder und hast du nicht gesehen ich kann schon verstehen dass das jetzt alles dort ist ja alles gut aufhören und dann irgendwo herum zu springen gerade ich muss aktuell nicht wirklich gut ich sehe so der gras hüpfe aber gut dann bis später ne ja wohl später denke ich mal jo ich denke ist da einer bis denn bauen aber nicht springen dürfen das ist so kardipulierlich schon lasst mich doch ja ich doch doch ich bleibe ich leise ich 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 Aber ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus, glaube ich, dass man hier alles trifft, was da unten so rumschwirrt. Die Treppen müssen wir da drüben noch korrigieren und hier schauen wir dann, dass wir den Elektrozaun irgendwie reinkriegen. Okay. Okay, du bist am Arbeiten, du auch. Okay, du bist am Arbeiten, du bist am Arbeiten. Okay, jetzt halt, ja, was denn so ist das, was denn einfach? Irgendwann, ne? Okay, das haben wir, das haben wir. Dann bist du auch aus meiner Arbeit. Das erstmal wieder zurück. Fünf Minuten, wie so ein Rentner, schön entspannt. Von 18 Uhr, die soll ich meinen ganzen Tag nur am Buddeln. Schön. Ne. Schön, dass du auch mal was machst. Okay. Ja. Ich, der immer fleißig hier am Arbeiten ist, statt Blumen zu gehen. Uh, fleißig, okay, krass. Naja, statt Blumen zu gehen, hallo. Ich kann es ja nicht so vergleichen, weil ich ja nicht so oft online bin, wie du. Ja, das stimmt schon. Du bist ja immer online bei der Server-On ist, nicht wie ich? Hm, ja, ne, ohne mich kann sonst keiner online sein, ne? Das ist natürlich auch etwas anderes. Ja, nächste Woche wird bei mir mit Zocken schlecht. Da kann ich nur Montag, weil ich danach Dienstag ist Freundin wahrscheinlich noch bei mir. Und ab Mittwoch habe ich drei Tage Spätschicht bis Freitag. Dann kann ich dann erst Samstag wieder. Also da, wo Phoenix kann. Das ist da Bogenecke und was soll dann das hier sein? Hm, ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Oder vielleicht wäre das Gegenstück. Ich liebe es ja, wenn immer nur so ein halbes Zeug da ist. So müsste es dann, oder müssen wir uns ja dann aufeinander machen. Wieso wollen wir nachts ein bisschen Lupen gehen? Ähm, ich muss ja mal gucken. Jetzt hat man die Base hier. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall nochmal versuchen, dass wir so ein Schiege heranbekommen. Ja, eigentlich müssen wir echt die Base mal hinkriegen, dass wir nicht immer rüber wechseln müssen. Und ich will das halt erstmal austesten mit so einem neuen Zombie. Kannst du denn dann einen Minecart setzen und dann her schieben. Ja, das wäre auch ne Idee. Ja. 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 Ja.